So, er nimmt auf. Und, ja, auch die Auslastung scheint nicht allzu groß zu sein. Das heißt, ich hoffe, ich hoffe, wenn Twitch mitspielt, die Server mitspielen, dass es heute erstmal ein recht technisch zumindest gediegener Stream wird. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr heute im Laufe des Tages Zeit hättet, mal reinzuschauen. Oder vielleicht auch schon gleich direkt. Und ja, ich denke mal so, ja, jetzt haben wir Viertel vor zwölf zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr. So Viertel nach, also zehn nach zwölf, halb eins bin ich dann auch dabei. Gut, also dann vielleicht bis gleich und ja, auf einen schönen Stream. Tschüss, tschüss und tschüss.